Du kommst auch hier schon mal hin. Nein, das Feuerige bitte. So. Achso, du bist der hier. Wo fährst denn du hin? Hier geblieben. So. Du bist Steuerung 1, danke. Du fährst aber erstmal hier lang. Dass hier die Füße stillgehalten werden. Und was ist hier schon wieder unterwegs? Eine kaputte Drohne. Ist ja toll. Aber komm. Jetzt fliegt er genau über. Wann ist hier Schluss? Ne. Bam. Hier könnte ich auch noch eine Munitionsdingens bauen. Weil Stahl wird hier sowieso produziert, oder? Ja, wird. Dann kann ich hier dann auch später noch ein paar Flacke hinbauen. Wo ist meine 1 hier? Bist du? Bist du? So. Dann rücken wir hier mal gemütlich vor. So. Da ist meine 1. Sie interessieren sich für die Global Trust Flotte? Nicht wirklich. Nur zu. So. Ich pirsche mich hier mal wieder von hinten an. So. Offensives Kampfverhalten. Das ist super. Du kriegst auch noch offensiv. So. Hier sind Dinger. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. So. Scheiße. Ich bin auf dem Flughafen. Ich bin auf dem Flughafen. dann ist mit dem Flughafen. Dann ist mit den Fliegern auch bald am Ende. Ah. Ich bin auf dem Flughafen. 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 vernichtet so jetzt brauche ich ich bräuchte ne weiber fahrzeug durch feindlichen beschuss vernichtet registriere angriff auf eines ihrer fahrzeuge so meine flotte ist eh so gut wie hin ihr plan ist fehlerhaft menschliche individuen bedrohungssysteme fahrzeug für feindlichen beschuss vernichtet fahrzeug durch feindlichen beschuss vernichtet fahrzeug unter beschuss na egal jedenfalls ist der flughafen hin hoffe ich zumal im kampf zerstört dass der komplette flughafen hin ist fahrzeug durch feindlichen beschuss vernichtet kommandoschiff einsatzbereit navigation ihr auftrag kommandoschiff fertiggestellt initiiere steuerungsroutinen kommandoschiff einsatzbereit trimaran fertiggestellt trimaran steht bereit übertrage kommandoprotokoll raum kommandoschiff 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 hast du jetzt die waren nicht mehr erwischt naja ich dreh durch Jetzt sind meine Waren weg. Hier kann ich gleich gar nichts mehr in der Händelssicht bauen. So. Mache ich zwei von denen. Ich bräuchte eine Viper. Sieht schon wieder extrem schlecht hier aus. So. Jetzt habe ich aber hier Waffen schon produziert. Ja. Also kommt es hier schon mal vor, dass ich hier... ... ...muss ich jetzt hier wirklich die Straße wegreißen. Hoppala. Das war zu viel Straße. So. So. Aber eine Flak bitte gleich wieder. So. Und hier kommt auch noch ein bisschen Straße weg. Also ich hier noch eine Flak hinstellen kann. Kann ich aber gerade nicht. Kann ich aber gerade nicht. Aber eine Marineabwehr kann ich bauen. Eine zumindest. Registriere neues Fahrzeug. So. Perfekt. Dann muss ich nur noch die ganzen Lufteinheiten hier runterholen. Ich habe herausgefunden, wo Farther die Konfigurationsparameter seiner Schildster bist. Da bist du ja wieder. Okay. Okay. Meine Agenten berichten, dass in Fathers Werften an neuen Waffentechnologien... Was führt sie zu mir? Ich habe eine neuartige Tarn-Sie wünschen. Okay. Dann haben wir die dreimal wieder abgehakt. Ich könnte... ...die hier... ...das hier alles einsammeln. Nur gerade kein Bedarf. Wie ist der Stand der Dinge? Es läuft immer noch hervorragend. Achtung. Produktionsstillstand. So. Hier ist meine erste Verteidigungslinie. Also muss ich hier mal die Schiffe hier hinbringen. Impostierung bringen. Fahrzeug fertiggestellt. Höre ich immer wieder gern. Höre ich immer wieder gern. So. Viper. So. Noch ein Kommandoschiff. Oh Mann, oh Mann. Ah, da war mein Frachter. Mein Frachter. Ich muss aber hier hin. Aber ich habe hier noch keine Viper mit dabei. Okay, gegen Unterwassereinheiten bin ich hier jetzt noch ein bisschen schutzlos ausgeliefert. Weil ich hier noch keine Viper produzieren kann. Was habe ich hier alles? Ja, ich habe Stahl in rauen Mengen. So hast du hier einen Produktionsstopp. Dann mache ich hier mal auf. Ich brauche hier Eisen ohne Ende, ne? So. Fahrzeug fertiggestellt. Munition mit. Feindlicher Angriff auf eines ihrer Gebäude. Angriff? Wo? Ach so. Ach, mit Schildtechnologie. Müsst du mich jetzt verarschen? Mit Schildtechnologie. Fuck off. So. Muss ich machen. Leider, auch wenn es einen Haufen Geld gerade kostet. Aber hilft ja nicht. So. Weil halt die Flugstaffel hier auch schon hübsch im Arsch ist. Was kann ich für Sie tun? Neu produziert. Das ist immer schön, ist immer schön, ist immer schön. Für eine Viper fehlt mir Stahl. So.